Und da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Folge Besiege. Hallo, ich bin der Paragon. Ich mache Videos für euch und ihr guckt sie an. So, genug erklärt. Wir müssen nur da hinten hinkommen oder was? Wir schießen Pfeile, aber ich glaube wir müssen nur da hin. Okay, da muss ich... Okay. Das sieht jetzt nicht so schwer aus. Wir resetten mal unser Auto. Und zwar hier oben. Ja, dankeschön. Wir bauen uns ein kleines Motorrad, denn wir brauchen was Dünnes. Ich glaube, das sollte schon funktionieren. Oh, na, wir machen uns mal doppelte Räder hier. Das hält doch keiner aus. Das sind viel zu langsam. Ein fettes Bike. So. Jetzt mache ich es doch, ne? Obwohl ich in der Folge mal gesagt hatte, ich mache es nicht. Egal. Wenn das halt eine kluge Lösung ist, ist das halt eine kluge Lösung. Können wir nicht einfach hier aus dem... Moment. Können wir nicht einfach da außen rumfahren? Oder sind das da oben? Checkpoints? Ah, das sind Checkpoints. Oh, okay. Gut, dann fahren wir eben doch da oben lang. Ich muss die Drehzahl aber eigentlich mal ein bisschen runterstellen. Na, egal. Ich versuche es nochmal. Oh Gott. Gut, das wird nicht so einfach, wie ich dachte. Wir versuchen es nochmal. Nein. Ach, wir hatten es fast. Nein. Wir kriegen das so hin. In unserem kleinen Motorrad hier. Oh Gott. Nicht anschießen. Ich bin empfindlich. Ich bin empfindlich. Lass mich. Ah, das Lenken ist damit echt kompliziert. Gut. Das wird leider nicht funktionieren. Plan B. Wir haben zwar ein Motorrad. Aber das heißt ja nicht, dass wir fahren müssen. Hier war das die O-Taste, ne? Ich teste mal. Ja, wir sind immer wieder zu fett. War ja sowas von klar. Lustigerweise stabilisiert das ein bisschen unseren Fahrstil. Ich teste jetzt nochmal. Ah, wir waren einfach zu leicht. Okay. Na, wir schaffen das. So den Anfangswinkel hinkriegen. Ja, ja. Nein, 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 nein. Ja, die Leute haben wir gekillt. Das war aber nicht unsere Mission. Ach Gott. Ich muss das umstellen, weil ich komme mit der Steuerung so nicht ganz klar. Moment. Und hier dann rechts, links. Copy. Paste. Und hier dann rechts, links. So. Funktioniert das jetzt? Mal sehen. Nein. Wir kriegen das hin. Ich gebe nicht auf. Ach, wir dürfen diese Ecke da vorne nicht erwischen. Na, kommt. Wir schaffen es. Ja, kommt. Ja. Wir schaffen es. Chaka. Juhu. Mission erfüllt. Das war es dann auch mit dieser Folge Besiege. Mit unserem hübschen Wir-können-nicht-fliegen-Auto. Ich finde sie sehr stylisch. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt immer schon Bambus. Euer Paragon. Tschüss. Sure. big, Wir bringen uns in der Nacht. Wir bringen uns in der Mitte. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020